Die Mäuterer haben dich vorhin Weichei genannt. Pass auf, das vorhin tut mir leid, wir können das jetzt auf deine Art mal erklären. Äh, ein Snack, meine Glücksfußgelenkwärmer, dein Schwert. Äh, ein Snack, meine Glücksfußgelenkwärmer, dein Schwert. Äh, ein Snack, meine Glücksfußgelenkwärmer, dein Schwert. So, oh, macht er eh von selber, cool. Oh, fette Röpse. Schnell, feile Anbord. Hm. Hm. Oh, juhu. Oh, juhu. Oh, juhu. Oh, juhu. Oh, juhu. Ja, aber ich wollte anmerken, dass dein Spiel gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin übrigens ein zuvoller, mächtiger Pirat. Wie auch immer. Wie auch immer. Ich arbeite sonst immer allein. Oh, juhu. Heftig, nicht wahr? Ja, und in meinen Zehen schlummert wilde Kräfte. Ja, diese Verkehrheit habe ich mir an der Uni erworben. Ja, das ist schon warm und noch schnell. Ja, das ist schon warm und noch schnell. Ich glaube, ich speichere lieber mal, wenn ich speichern kann. Sicher ist sicher nicht, dass ein Skybrush hier ertrinkt. Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Hm, dann laufen wir mal in diese merkwürdige Höhle. Hm, seltsam. Hm. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ja. 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 Du hast keinen lächerlichen Plan dafür. Wo hat Santino gelernt, den Seko-Gesang zu verstehen? Wie hat Santino den Seko-Gesang erzeugt? Wie hat Santino den Seko-Gesang zu verstehen? Wie hat Santino den Seko-Gesang zu verstehen? Wie hat Santino den Seko-Gesang zu verstehen? Zunge der Seko, fang an zu reden. Gemütlich. Ich dachte immer, du wärst der Hasenfuß der Truppe. Ich bin auf trügerische Weise prinzipientreu. Ganz im Gegensatz zu dir. Ah, R. Wirre frisiert, genervt. Komm. Du kannst dich nicht einschüchtern. Hm. Hm. Du kannst dich nicht einschüchtern. Du kannst dich nicht einschüchtern. Du kannst dich nicht einschüchtern. Hallo, ich halte sie natürlich weg. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, was? Sie braucht ein Rücken, den sie, dass vor dir dein Mann steht und es ist nicht politisch. Ich liebe sie, weil es das einzige ist, was sie kennt. Und wenn Sie, wenn Sie diese Todesfrucht in der Info-Centor und es ist man genug, dass wir hier stehen und wir etwas nicht einschüchtern sind, dann ist es nicht politisch. Und dann können wir uns den Sponsor. Und dann können wir uns den Sponsor. Und dann können wir uns den Sponsor. Und dann können wir ihn einheilen. Und dann können wir ihn einheilen. Und dann können Sie, wenn Sie das dringend sein, um nachzustehen. Danke wohl. Du bist einfach die Beste. Äh. Und dann kannst du jetzt noch einen Job. Oh. Da ist jemand angepisst. Schön. Was weißt du sonst zu? Was weißt du sonst zu? Nichts dergleichen. Lass mich bitte gehen. Ich höre nach Hause. Siehst du, was du davon hast, ein Spielverderber zu sein? Weißt du, was du davon hast, ein Spielverderber zu sein? Das ist nicht. Okay. Springender Fisch. So. Eine. Ist hier auch mal Ruhe. Muss. Zunge der Siko. Wer hat sie? Zunge der Siko. Wer hat sie? Was sag ich dir nicht? Was sag ich dir nicht? Was ist das? Sankt ihr euch da ganz meiner Mann? Ja. Hier verrotten wir, bevor wir dir was sagen. Solidarität, Brüder. Hm. Harter Kerl. Was? Ich werde euch zum Reden bringen. Ja. 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 Ja.